Welcome back to my video. Heute leider ohne Flo. Er ist krank, schreffen wir uns die Dörfer umrein. Und heute machen wir mal was anderes. Keine Challenges. Wir gucken mal wohin es uns so treibt. Der Look hat einen neuen Mullet. Und ja, schauen wir mal was wird. Melenoptics checkt es natürlich aus. Genauso wie Fahrrad Eberhard. Mal wieder voll am unterstützen. Auch wenn leider nur ein Flo statt uns. Auf jeden Fall gibt es genügend Bikes und Auswahl. Checkt es aus. Das Track Station 8 zum Beispiel. Oder das Track Station natürlich ein Downhinder für die, die es wollen. Und dann ja, machen wir jetzt erstmal ein paar wilde Sachen würde ich sagen. Und dann sehen wir uns. Der Flo, ich habe mal gesagt, ja, also wie es schaut zum Beispiel aus, mit Biketauschen mal ein paar Abfahrten. Und er hat direkt mal gesagt, ja, der Look, das soll ich mal direkt mal einen Tuck mit meiner schönen Maschine machen. Soll ich direkt auf eins? Wir sind noch nicht gefahren. Soll ich auf eins. Erster Versuch. Oh Bruder, Digga, einfach BMX. Digga, einfach BMX. Juhu. Junge. Meine Filmkünste waren dann natürlich wieder am Start. Wollte ich sagen, mach Tuni jetzt direkt sein Ohr hinter. Let's go. Ja. Gehts besser oder lassen wir den zählen? Besser auch. Okay. Okay. Das ist besser. First try. Jetzt noch einen Tattelversuch. Wait a minute. Oh ne. Oh. Okay. Oh Junge. Cut. Yo. Oh. Yo. Wir haben jetzt kurz unsere Clips gefilmt. Seht ihr dann auf unseren Instagram Accounts hier verlinkt. Hier und hier. Auf jeden Fall sind übelst viele Mücken. Fakt so ab. Toni. Müsste jetzt irgendwann da unten wieder hochkommen. Und dann gehen wir jetzt denke ich erstmal hoch auf den Trail. Also nochmal. Mal hier. Wie weit wir etwa gesprungen sind. Eins. Zwei. Drei. Drei. Vier. Fünf. Fußlängen. Hä? Das ist schon. Schon so vier Meter oder so. Das ist schon geiles Gap. Das bockt schon oder? Das ist. Poucher ist im Vergleich mit Leo gegangen. Genau. So. Oh Junge. Mal abdrücken. Und abziehen. Oh ne. Oh ne. Und abziehen. Oh ne. Oh ho ho. Na gut. Dann würde ich sagen probiere ich es mal. Und alter diese Mücken. Das gibt es nicht Leute. Aber hier nochmal kurz. Wenn ihr es mal von oben seht. Das ist der alte Triple hier. Springen wir von hier. Recht flacher. Kein Aschprung. Da hinten rein. Probieren wir es mal. Ob ich es schaffe. Werden wir gleich sehen. Ja übertreibung. Ja übertreibung. Ja. Junge. Alter. Das war jetzt wirklich cool. Der nearly died bei diesem Baum. Ich habe den so im Gesicht gesehen. Und. Deswegen tragt ihr immer schönen Helm. Mit voll sind. Luis Erzner. Grüße geben die immer raus. Na ja. Dann macht Toni jetzt nochmal. Mach Toni. Das war echt cool. Deswegen kauft euch immer. Einen Track. Jo. Toni kommt. Beide los. Boah. Bodenlos ist ein bisschen Fliegen hier. Boah. Boah. Oh. Oh leins. Es war an diesem Moment, dass er wusste, dass er mich verbrannt hat. Wo liegt den Weg? Alter, lebensmüde hier. Jo, geht doch. Kommt die Frage, wie kriegt ihr denn das Auto vor? Einfach. Wir abziehen. Wir fahren jetzt die Bruder Vertrauen hinein, ich fahre vor. Ja, ich sag mal, es geht mal. Lux Line Choice in Dirt Masters, bitte. In Dirt Masters, genau. Genau. Digga, ist das eine Besche... Wollt ihr mich verarschen? Oh, komm. Oh, oh, oh. Alles gut, heute geht's. Ich bin einfach ausgeklickt. Einmal ausgeklickt, Digga. Ja, ich auch, aber egal. Das war's mit dem Video, Leute. Wir sehen's beim nächsten Mal. Am besten wieder mit Flo. Schreibt ihm nochmal gute Besserung. Auf jeden Fall jetzt alle in den Kommentaren. Oder an hier auf. Haut rein. Auf jeden Fall. 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 Wie geht's euch? Ich bin unter der Wasser. Bitte hilf mich. Hier ist zu viel raining. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.